Gut, das sind meine täglichen Pustübungen hier. Ich glaube, das ist komisch, oder? Oder? Kann man lieber einstellen? Das ist das Wichtige hier. Bällchen hochholen. Dieses Bällchen müssen schön hoch und gehalten werden. Allerdings nur zwei. Super, drei sogar. Fertig. Fertig. Verstehst du? Mal raus. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Vielen Dank.